Es wird Zeit, noch einmal über die Isla Sorna zu sprechen. Und ja, ihr habt jetzt bereits, ich meine, drei, vier oder sogar schon fünf Videos zum Thema Isla Sorna bekommen. Allerdings wird das Thema irgendwie nicht alt, beziehungsweise haben wir uns ja so wenig mit der Isla Sorna beschäftigt, dass diese ganzen Thematiken jetzt immer noch offen sind. Und ich dachte mir, hey, komm, schwätzen wir doch mal über eine Sache, die sich wahrscheinlich schon jeder von euch gefragt hat. Was wäre eigentlich passiert, wenn der Hurricane Clarissa nie auf die Isla Sorna getroffen wäre? Was wäre, wenn die Isla Sorna nach dem Vorfall von Jurassic Park gar nicht zerstört worden wäre? Interessante Frage, fand ich zumindest, ich habe da mal ein bisschen nachrecherchiert, mir auch Gedanken drüber gemacht. Und das ist das Ergebnis. Viel Spaß mit dem Video. Also um das Ganze noch mal kurz klarzustellen, in diesem Szenario hier ist Jurassic Park 1 passiert. Ja, der Ingen-Vorfall hat dafür gesorgt, dass der Jurassic Park außer Kontrolle geraten ist. Einige Menschen sind bei dem Vorfall auch gestorben. Und die Regierung hat bereits erste Augen auf dieses Unternehmen von John Hammond gerichtet. Ebenfalls müssen wir hier sagen, dass wir hier nach dem Filmkanon gehen und nicht nach dem Buchkanon. Der Grund dafür ist ganz einfach, naja, folgender. Im Buch haben wir ein paar Informationen, die jetzt mein Was-wäre-wenn aushebeln würden. Da der Buchkanon nicht gleich der Filmkanon ist, das sind zwei verschiedene, nennt es von mir aus, Universen. Wie man es heute so schön in den ganzen Cinematic-Universen sagt. Und wir gehen jetzt hier nach dem Filmuniversum. Denn im Filmuniversum wird uns ganz klar gesagt, dass John Hammond die Leitung von Ingen entzogen wurde, nachdem der Vorfall am Strand gewesen ist, quasi wo die Komsugnatus an Land gekommen sind. Ebenfalls lässt John Hammond darauf schließen, dass diese Kompis erst nachdem die Isla Sorna untergegangen ist und alle Dinosaurier ausgebrochen sind, dass die Kompis erst nach diesem Vorfall an Land gekommen sind. Quasi als Ergebnis dessen, was auf der Sorna wirklich passiert ist. Die Kompis waren ja hier in diesem Fall auch gar nicht auf dem Festland gewesen. Sondern die Yacht, die wir im Film The Lost World Jurassic Park 2 sehen, die hat ja angelegt am Strand der Isla Sorna. Und ja, der Vorfall mit den Kompis hat ja dann erst dafür gesorgt, dass Ingen John Hammond die Leitung weggenommen hatte. Das wird im Film eben ganz klar gesagt. Wie gesagt, im Buch ist das Ganze ein bisschen anders beschrieben. Allein schon John Hammond, ich will es jetzt hier nicht spoilern, das würde so im Buch eben nicht funktionieren. Und hier fangen wir schon unsere Was-wäre-wenn-Geschichte an. Denn was wäre denn wirklich passiert, wenn Harry Ken Clarissa nicht auf die Isla Sorna getroffen wäre, wenn die Isla Sorna 1995 nicht untergegangen wäre und deswegen auch nie die Yacht, die trotzdem angelegt haben könnte, auch nie in Gefahr gewesen wäre, weil die Kompis nicht frei herumgelaufen wären. In diesem Fall hätte John Hammond die Leitung an Ingen nicht verloren. Vollkommen klar. Das wird nämlich im Film, ich sag's nochmal, ganz klar gesagt, das war so das i-Tüpfelchen auf der ganzen Nummer. Der Vorfall mit den Kompis hat das fast zum Überlaufen gebracht. Das war der Grund, warum man dann wirklich gesagt hat, okay, es reicht, du bekommst die Leitung weggenommen und dein Neffe Peter Ludlow wird jetzt Ingen übernehmen. In der Original-Timeline aus dem Film hat 1998 Simon Maserani dann daraufhin Ingen aufgekauft, übernommen und dann eben in Maserani Global Corporation umgewandelt. Das würde jetzt hier allerdings auch ein bisschen anders ablaufen, denn John Hammond würde erst die Leitung von Ingen verlieren, wenn er eben gestorben wäre. Da keine weiteren Vorfälle passiert sind, wäre Ingen auch in dieser Geschichte stark verschuldet. Die Regierung würde ein ganz klares Auge auf alles werfen, was Hammond als nächstes machen würde, aber es wäre eben doch nicht dieses i-Tüpfelchen getroffen, was dann eben das Fass hätte zum Überlaufen gebracht. Laut offiziellem Filmkanon ist John Hammond im Jahr 1997 relativ kurz, nachdem er seine Pressekonferenz am Ende von The Lost World gehalten hat, gestorben. Das wäre voraussichtlich dann der Moment gewesen, wo die Leitung von Ingen hätte abgegeben werden müssen. Ein Peter Ludlow würde auch in diesem Szenario allerdings bereits die Hände ausstrecken und sagen, okay, ich verwirkliche jetzt den Traum, den mein Onkel hat fallen lassen, den Traum eines Jurassic Park in San Diego. Da die Isla Sona noch vollkommen intakt gewesen wäre und die Forschungen da hätten, unter strenger Regierungsbewahrung natürlich, hätten weiter fortgeführt werden können, hätte Peter Ludlow als Eigentümer von Ingen nicht solche Schwierigkeiten gehabt, wie im Originalfilm The Lost World 2, äh, The Lost World Jurassic Park 2, die Dinosaurier von der Insel aufs Festland zu schaffen. Er hätte sich einfach eine Genehmigung abholen müssen und ja, ich bleibe hier auch ein bisschen im Jurassic-Universum. Es scheint im Jurassic-Universum nicht so schwer zu sein, eine Genehmigung dafür zu bekommen, dass man trotz eines gewaltigen Unfalls auf einer Insel mit Dinosauriern trotzdem wieder einen Park aufmachen darf. Das ist irgendwie, ne, Jurassic World gab es ja auch plötzlich und ich glaube, in unserer wirklichen Welt wäre das auch gar nicht so unrealistisch, denn Geld regiert, na klar, die Welt und Peter Ludlow wäre natürlich dann genau darauf fixiert gewesen, Dinosaurier jetzt von der Isla Sona, wo sie eben auch wieder gezüchtet werden und ausgebrütet werden und versorgt werden, aufs Festland zu bringen, in diesem Fall aber nach San Diego, also in den Jurassic Park nach San Diego. Im Original-Kanon ist 1998 ein Maserani eingetreten, denn John Hammond ist tot gewesen, auch ein Peter Ludlow ist gestorben, als er von Tyrannosaurus Rex Baby gefressen wurde, deswegen konnte Maserani die Ingen Corporation aufkaufen und eben sich selbst einverleiben und eben zu Ingen, äh Quatsch, zu Maserani Global Corporation machen. Das würde jetzt hier nicht so ganz funktionieren, denn Peter Ludlow hätte jetzt ja Ingen immer noch unter Kontrolle, allerdings wäre Ingen nach wie vor stark verschuldet. Das wäre natürlich eine Auswirkung gewesen, die aufgrund des Ingen-Vorfalls von 1993 eben im Jurassic Park mit Dr. Grant und Co. eben immer noch zu spüren gewesen wäre, ja, denn die ganzen Investoren wären abgesprungen. Das heißt, ein Maserani hätte Ingen nicht aufgekauft, hätte aber dadurch, dass Ludlow auf die finanziellen Mittel von Mr. Maserani angewiesen wäre, einen Teilinhaber-Vertrag bekommen. Das heißt, ja, in diesem Szenario hätten wir jetzt einmal Peter Ludlow und einmal Simon Maserani als die Eigentümer von Ingen. Der Name Ingen wäre weiterhin beibehalten worden und auch der Jurassic Park wäre immer noch aktuell. Simon Maserani hatte auch von Anfang an seinen Traum gehabt, er wollte John Hammonds Vision irgendwie verwirklichen, würde deswegen auch einen Deal mit Ludlow aushandeln, dass er einen Jurassic Park auf der Isla Nubla errichten möchte. Das heißt, ja, durch die Milliarden an Geldern von Maserani würde einmal der Jurassic Park in San Diego langsam Gestalt annehmen und Maserani selbst würde auch einen Jurassic Park auf der Isla Nubla errichten. Das heißt, er würde im Endeffekt aussehen wie Jurassic World, würde aber eben aufgrund dessen, dass das ganze Projekt immer noch unter der Leitung Ingen wäre, weiterhin Jurassic Park heißen. Dr. Henry Wu, und darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, sollte hier im ursprünglichen Konzept, also im ursprünglichen Gedanken von John Hammond, nachdem der Jurassic Park hätte eröffnet werden sollen, auf die Isla Sorna verfrachtet werden, um dann da eben seine Forschungsarbeiten in aller Ruhe mit allen Mitteln fortsetzen zu können. Das würde jetzt eben auch dann passieren, denn die Isla Sorna ist ja noch komplett intakt mit all ihren Gerätschaften. Henry Wu hätte also das sogenannte Amalgam-Testing nicht im Geheimen vollziehen müssen und hätte durch Maserani und die Milliarden Gelder, die dahinter stecken, auch die volle Kapazität dieses Testings. Wenn du dich jetzt fragst, was das Amalgam-Testing ist, ich habe dir hier oben mal ein Video verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken, da erkläre ich das Ganze ein bisschen näher. Im Endeffekt ist das Amalgam-Testing durchgeführt worden im offiziellen Kanon der Filme zwischen The Lost World, Jurassic Park 2 und eben Jurassic Park 3. Das Amalgam-Testing bezieht sich im Endeffekt darauf, dass man versucht hat, verschiedene Komponenten von Dinosauriern zusammenzufügen, quasi die Vorstufe der Hybriden. Aus dem Amalgam-Testing ist übrigens auch der Spinosaurus entstanden, das dann auch die Frage beantwortet, warum der Spinosaurus noch nicht in Jurassic Park 2 aufgetaucht ist, in erster Jurassic Park 3. In Jurassic Park 2 gab es den Spinosaurus eben noch nicht. Das Amalgam-Testing hat im Originalkanon jedoch nicht allzu viel bewirken können. Der Spinosaurus war offiziell ein Fehlschlag gewesen, auch die extrem cleveren Velociraptoren, die wir in Jurassic Park 3 gesehen haben, wurden offiziell als Fehlschlag dargelegt. Und Henry Voo memängelt in bestimmten Schreiben, die wir auch aus dem Spiel Jurassic World Aftermath kennen, dass es daran gelegen habe, dass eben die Gelder gefehlt haben. In dieser Variante jetzt hier wären die Gelder allerdings da, denn die Isla Sauna ist ja noch komplett intakt. Simon Maserrani würde komplett seine gesamten Gelder in diese Entwicklung der Parks reinstecken und da eben mit reininvestieren, weil er ja auch mit Teilinhaber wäre. Und Henry Voo könnte sofort anfangen, das Amalgam-Testing in vollen Zügen auszukosten. Ja, in diesem Sinne wäre auch ein Spinosaurus erschaffen worden, der wieder mal als Fehlschlag gegalten hat. Diese Fehlschläge, auch die Velociraptoren, wären wahrscheinlich trotzdem erst mal erschaffen worden. Und daraus hätte man dann nach und nach eben gelernt, wie man es richtig macht. Wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Aufgrund dessen, dass die Isla Sauna in diesem Szenario nicht durch den Harry Kane Clarissa zerstört wurde, hat John Hammond seine Macht über Injun erst verloren, als er gestorben ist. Peter Ladlow ist daraufhin nicht gestorben, weil er die ganze Operation ja nicht im Geheimen durchführen musste. Deswegen konnten auch nicht so viele Komplikationen entstehen und so viele Fehlschläge eben mit eingebaut werden. Er konnte ganz gezielt Dinosaurier von der Isla Sauna nach San Diego schaffen. Das allerdings aber auch nur, weil er die gewaltigen Schulden, die Injun aufgebaut hat, mit Simon Maserani zusammen stemmen konnte. Maserani hat aber dadurch eben den Deal ausgehandelt. Ich möchte aber auch die Leitung über einen Jurassic Park bekommen auf der Isla Nubla. Somit haben wir jetzt einen Jurassic Park auf dem Festland in San Diego, einen Jurassic Park auf der Isla Nubla. Wir haben eine komplett funktionierende Isla Sauna mit dem Amalgam Testing, was von Dr. Henry Wu in vollen Zügen ausgenutzt werden kann. Und dementsprechend, naja, wären auch die Hybride wesentlich schneller auf der Bildfläche erschienen als im Original-Kanon. Warum ich das gerade so bescheuert betone, ist ganz einfach der Punkt, dass wir, naja, schon 2015 es nicht gebacken bekommen haben, den Indominus Rex irgendwie unter Kontrolle zu halten. Man kann von der Szene halten, was man will, aber im Jurassic-Kanon hat das Tier einfach eine Intelligenz gehabt, die höher war, als die der Menschen, denn er konnte ja die Menschen, oder sie konnte ja die Menschen, hinters Licht führen. Jetzt befinden wir uns noch ein paar Jahre früher da, also noch ein paar Jahre vorher, wo die Technik noch gar nicht so weit gewesen ist wie in Jurassic World. Bedenkt das immer bei dem, was jetzt noch alles passieren wird. Henry Wu würde also, wie eben gerade schon gesagt, das Amalgam Testing komplett benutzen können, es gibt keine Einschränkungen mehr. Das heißt, die allerersten Jurassic Parks, die wirklich geöffnet worden wären, wären direkt mit Hybriden geöffnet worden, die eben in die verschiedenen Parks verfrachtet worden wären. Der allererste Hybrid wäre auch hier ein Fehlschlag gewesen und ja, komm, wir nehmen hier einfach auch nochmal den Scorpius Rex aus der Animationsserie Jurassic World Camp Cretaceous. Das war ja auch so der Ursprung der Hybride und ich sage ganz ehrlich, ja, das wäre auch hier nochmal so passiert, denn diese Fehlschläge kann man dabei eben nicht ausschließen. Das heißt, der Scorpius Rex wäre auch hier ein Fehlschlag gewesen, wäre auf der Isla Sorna gezüchtet worden und müsste dann eben eingesperrt werden, weil er eben nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte. Aus diesem Fehlschlag hätte man aber gelernt, hätte dann letztendlich den Indominus Rex gezüchtet. Daher hätte sich ein Peter Lando natürlich sofort die Finger nachgeleckt. Der Indominus Rex soll sofort nach San Diego gebracht werden. Gesagt, getan, das Tier wurde in den allerersten Jurassic Park auf dem Festland gebracht und die Zuschauer sind wahnsinnig geworden. Nicht nur ist der Park ein finanzieller Erfolg, sondern auch ein weltweiter Erfolg. Die Menschen kommen von überall aus der Welt an gereist, um gerade eben auch diesen Hybriden zu begutachten. Es dauert also auch nicht lange, bis auch Simon Maserani für seinen Jurassic Park auf der Isla Nubla einen Hybriden anfordert. Und hier habe ich mir überlegt, okay, macht der Indoraptor Sinn? Eigentlich nicht wirklich, weil der Indoraptor ja aufgrund dessen gezüchtet wurde, weil der Indominus Rex wieder ein Fehlschlag war. In dem Szenario ist das jetzt hier noch nicht der Fall. Ich sage ganz bewusst noch nicht. Also würde wahrscheinlich ein anderer Hybrid gezüchtet werden. Simon Maserani würde sehr wahrscheinlich auch wie in Jurassic World selber erst mal auf ein paar harmlose Hybriden zurückgreifen, wie zum Beispiel die leuchtenden Parasaurolophus oder eben auch ein Mix aus. Und jetzt gehe ich mal auf eine Fan-Einsendung von euch zurück. Ich habe ja letztens ein Gewinnspiel gemacht, wo ich euch aufgefordert habe, mir eure eigenen Dinosaurier selber zu zeichnen oder selber zu beschreiben, meinen eigenen Dinosaurier zu kreieren. Und da hat mir ein lieber Niklas ein super schönes Bild geschickt von einem Dinosaurier, der gezüchtet wurde aus einem Pyroraptor und einem Spinosaurus. Irgendwas war glaube ich noch drin gewesen. Niklas, sein Dinosaurier wäre auf die Isla Nubla zu Simon Masurani verfrachtet worden. Die Hybriden sind also das komplette Verkaufsargument, wie auch schon in Jurassic World. Das heißt, wir bekommen hier gar nicht erst diese Phase, wo die Menschen sagen, oh, Saurier finde ich voll langweilig. Die überspringen wir jetzt hier komplett, weil wir sofort Dinosaurier haben und aber auch noch Hybride mit dazu nehmen können. Beide Jurassic Parks sind ein dermaßen großer Erfolg, dass nicht einfach nur die gesamten Schulden von Ingen relativ schnell wieder verschwunden sind. Nein, der Jurassic Park expandiert weltweit. Quasi der Traum von John Hammond wird jetzt hier wirklich wahr und es gibt generell auf dem gesamten Globus überall Jurassic Parks. Nicht in dem Ausmaß wie eine McDonalds-Filiale, aber es wird in Europa einen geben, es wird in Asien einen geben, es wird nicht nur auf einzelnen Kontinenten, es wird weltweit mehrere Parks geben. Da diese Parks ja auch mit sehr vielen Kosten verbunden sind, würde ich einfach mal sagen, ey, die würden es geschafft haben, durch diese Expansion noch locker fünf weitere Jurassic Parks auf der gesamten Welt aufzubauen. Und ich habe euch ja am Anfang gesagt, ich versuche hier auch wirklich im Jurassic-Kanon zu bleiben, deswegen ich hinterfrage da auch gar nicht bestimmte Sachen, warum das eben so oder so ist. Natürlich würde aber auch früher oder später das Militär, naja, interessiert an diesen Hybriden werden. Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, das ist schon ein bisschen länger her, dass diese Idee, Dinosaurier zu militarisieren gar nicht so extrem dumm ist, wie das manchmal dargestellt wird, gerade in Jurassic World Dominion. Die Prämisse ist okay, die Umsetzung war eben einfach nur schwach, aber ich meine, wir nehmen Delfine als Kampf, für Kampfeinsätze unter Wasser, wir haben Hunde, wir haben Affen, wir haben sogar Ratten mit Bomben bestückt und in Gebiete geschickt, also wir Menschen machen sowas halt wirklich. Von daher muss ich sagen, ja, Dinosaurier fürs Militär zu benutzen, die würden schon anklopfen, wenn das wirklich Dinosaurier geben würde. Da wetten wir mal drauf, wenn es soweit ist, könnt ihr mir vertrauen, dann klopfen die auch an und sagen, ja, so ein Raptor für Militäreinsätze, der sich vielleicht sogar noch tarnen kann, wäre schon ganz geil. Das heißt, auch hier würde das Militär natürlich anklopfen und, naja, nach diesen Hybriden fragen. Aufgrund dessen, dass Dr. Henry Wu aber genau wie auch in Jurassic World 2 Fallen Kingdom, wo er den Indoraptor noch nicht verkaufen will, weil er eben sagt, das Tier ist noch nicht bereit, würde auch Dr. Henry Wu in diesem Szenario das Militär erstmal wegschicken und den Milliardendeal einfach erstmal abblasen. Zum nicht unbedingten Glück von Peter Ladlow, der natürlich eher so das Geld vor Augen hat. Aus diesem Grund verspricht Henry Wu seine Forschung wesentlich stärker und wesentlich weiter auszubauen und eben mehr in diese Hybriden zu stecken, damit sie dann irgendwann doch mit dem Militär vielleicht einen Milliardendeal aushandeln können und Dinosaurier, naja, an die Regierung weitergeben können. Durch genau diesen Vorgang, dieses, dieses extensive Forschen passiert genau das, was Dr. Ian Malcolm bereits in Jurassic Park 1 vorher gesagt hat. Man denkt nur daran, ob man etwas schaffen kann, ob man es wirklich machen sollte. Danach fragt auch keiner und ja, in diesem Szenario muss man hier auch wirklich sagen, sollte man das machen, sollte man Dinosaurier, Hybriden wirklich so stark weiter erforschen, mit Fähigkeiten versehen und wir haben gesehen, was dabei rauskommt. Vollkommen egal, Henry Wu versucht diese militärischen Funktionen von Dinosauriern weiter auszubauen. Dinosaurier, die sich tarnen können. Dinosaurier, die schnell rennen können. Dinosaurier, die klettern können. Dinosaurier, die sogar Fernangriffe vollziehen können. Ähnlich wie auch der Scorpius Rex in der Animationsserie Jurassic World Camp Cretaceous, der mit seinen Giftstacheln schießen konnte. Und natürlich mussten die Hybriden auch ein bestimmtes Maß an Intelligenz besitzen. Dr. Henry Wu ist nämlich der Meinung, dieses gewisse Maß an Intelligenz sorgt dafür, dass diese Tiere auch gehorsam gegenüber den Menschen wären. Das ist jetzt wahrscheinlich derselbe Fehler, den Dr. Henry Wu schon mal gemacht hat. In Jurassic Park 1 war sein Fehler gewesen, nicht wirklich zu verstehen, dass die Dinosaurier sich theoretisch selbst fortpflanzen können, dass das, dass der Lysin-Plan eigentlich komplett für die Katz ist, weil das Lysin bekommen die auch woanders her, wenn es hart auf hart kommt. Das hat er da nicht gesehen, hier hat er genau das nicht gesehen, was wir mit Dinosaurier einfach viel zu intelligent machen. Natürlich kommt, was kommen muss. Die Isla Sorna ist der erste Punkt, der komplett eskaliert. Zuallererst bricht eine ganze Reihe von Hybriden auf der Isla Sorna aus, die es eben geschafft haben, die Menschen ähnlich auch wie in Jurassic Park, äh, in Jurassic World das Licht zu führen. Und die sorgen dann für ein reges Chaos auf der gesamten Insel. Wir haben ja bereits gesehen, was ein Indominus Rex alleine im Alleingang auf der Isla Nubla anrichten konnte, in Jurassic World aus dem Jahr 2015. In diesem Fall haben wir jetzt allerdings mehrere Hybriden da, weil Dr. Henry Wu natürlich schon mehrere Forschungen machen konnte, aufgrund dessen, dass er eben die Gelder fürs Amalgam-Testing schon wesentlich früher hatte. Die Tiere verwüsten also die gesamte Insel und die Wissenschaftler versuchen zu fliehen. Dabei gibt es natürlich einen ganzen Haufen Tode und Dr. Henry Wu schafft es gerade noch so, einige Embryos dieser Hybriden mit von der Insel runter zu schmuggeln, denn er schafft es natürlich, die Evakuierung zu überleben. Als nächstes wäre der Jurassic Park in San Diego dran gewesen. Der Indominus Rex schafft es auf eine ähnliche Art und Weise, wie im Original Jurassic World Film, aus dem Gehege auszubrechen, ist diesmal allerdings nicht auf irgendeiner Insel, wo man sagen könnte, okay, zur Not kommt er da eh nicht weg. Nein, in diesem Szenario ist der Indominus Rex sofort in der Stadt, sofort in San Diego. Das Tier kann sich tarnen, das Tier sorgt dafür Massig-Tode, für Massig-Panik, für Massig-Panik und für Massen-Panik, also ist eigentlich dasselbe, für Massen-Panik. Extreme Verwirrung gerade. Auf jeden Fall sorgt das Tier da eben für eine herge Aufregung und eben auch, dass sich quasi das Auge der Regierung erneut auf diesen Konzern Injun richtet. Sowohl Simon Maserani als eben auch Peter Ludlow werden dafür zur Verantwortung hergezogen, dass dieses Chaos wirklich passiert ist, dass diese Tode eben auch naja über die Welt gebracht wurden. Noch ist das Ganze gar nicht so sehr eskaliert, mögt ihr meinen, doch jetzt kommt ein Louis Dodgson mit ins Spiel, denn der darf hier natürlich auch nicht fehlen. Louis Dodgson war nach Jurassic Park 1 immer irgendwo im Hintergrund am Rumwerkeln, wenn wir uns nämlich überlegen, dass Louis Dodgson in Jurassic Park 1 noch nicht der CEO von Biosyn war, da war er ein Mitarbeiter und in Jurassic World Dominion war er dann schließlich der oberste Chef, der CEO von Biosyn, hat eine riesen, eine monströse Anlage aufgebaut, das Biosyn Valley erschaffen, er hat unsichtbare Zäune erfunden, der Mann hat also nicht geschlafen, der hat wirklich seine Hausaufgaben gemacht und deswegen würde er auch genau jetzt hier mit reintreten. Louis Dodgson hätte nämlich mit Henry Wu Kontakte aufgenommen, ja er wusste von Henry Wu, da er ja auch bestimmte Daten trotz allem schon von Dennis Nedry mitgegeben bekommen hat, das heißt ein paar Mitarbeiternamen, Henry Wu muss die auch die Mitarbeiter erstmal auslesen vom Jurassic Park um herauszufinden, okay, den Nedry, den nehmen wir uns eben um ihn dafür zu benutzen, dass er uns die Embryos stiehlt und das heißt, er würde eben auch bestimmte Sachen über Henry Wu wissen und würde ihn kontaktiert haben und Henry Wu hat ja nicht einfach nur den Vorfall von der Isla Sorna überlebt, nein, er hat sogar noch Embryos mit dabei. Aus Jurassic World Dominion wissen wir ebenfalls, dass Louis Dodgson ein Hergis Interesse daran hat, das Monopol zu sein im Falle von Jurassic World Dominion wollte er eben das Monopol der Lebensmittel, der des Exports und des Imports der gesamten Welt werden, deswegen vernichten sie auch in Jurassic World Dominion alle Weizenfelder, die ja nicht von Biosyn angebaut wurden, das heißt auch in diesem Fall hätte Louis Dodgson ein Interesse daran, das Monopol von etwas zu werden. Was würde sich jetzt mehr anbieten, als das der Monopolkonzern in Sachen Dinosaurier DNS zu werden? Louis Dodgson würde also weiter manipulierte Menschen zu verschiedenen Parks schicken, die würden der Sabotagen vollziehen und immer wieder würden Dinosaurier ausbrechen und für massig Tote sorgen. Das Ganze würde in den Medien natürlich so aufgebauscht werden, vollkommen zu Recht, dass Injun nicht mehr lange überleben würde. Injun würde verschuldet werden und mit der Zeit komplett in sich zusammenfallen. Ein Louis Dodgson würde sich jetzt ans Militär richten und denen eben anbieten, naja, ich nehme euren Milliardendeal an, denn ich habe hier auch noch so ein paar Embryos von Dr. Henry Wu und dieser Mann würde für euch die Waffen erschaffen, die ihr jetzt braucht, um die Dinosaurier eben wieder in Schach zu bekommen, die Hybriden in Schach zu bekommen, die ausgebrochen sind. Die Milliardengelder würden also an Biosyn fließen. Louis Dodgson würde direkt zum CEO aufsteigen und sie würden die Forschung an diesen kleinen Chips anfangen und ihr wisst, ich mag diese ganzen Gehirnimplantatschips aus Jurassic World, Camp Cretaceous überhaupt nicht, aber wir bleiben wie gesagt einfach mal in der Geschichte, denn die würde Louis Dodgson jetzt mit den Geldern auf jeden Fall sehr schnell entwickeln lassen, würde sie ans Militär weitergeben, genauso wie eben auch die Dinosaurierhybriden, die dafür gezüchtet werden. Wir hätten also jetzt richtige Dinosaurierwaffen, die komplett kontrolliert werden könnten. Die Gefahr könnte mithilfe dieser komplett kontrollierbaren Hybriden gebannt werden, die ausgebrochenen Hybriden könnten aufgespürt werden und getötet oder eben gefangen werden. Somit hätte Louis Dodgson also die Kontrolle über, naja, so ziemlich alles, ich meine Erdkontrolle über das Militär, jedes Militär, das diese Dinosaurier mit den Chips im Hirn hat, untersteht im Endeffekt der Verantwortung und auch dem Befehl von Louis Dodgson, denn wenn der nicht mehr liefert, sieht es eben sehr schlecht aus. Doch dazu ist Louis Dodgson ein Typ, der sehr wahrscheinlich auch, naja, die Oberhand über dieses ganze Chips-System behalten hätte und im Hintergrund, wenn es hart auf hart kommen würde, Dinosaurier einfach mit diesen Chips weiterhin manipulieren könnte. Wisst ihr, wie ich das Ganze meine? Er hätte quasi den einen Ring, während er an alle anderen verschiedene Ringe ausgeteilt hätte. Natürlich wären diese Hirn-Gehirn-Chips auch patentiert, sodass niemand daran kann. Er hätte also die Kontrolle über das Militär, das alleinige Patent über die Chips in den Köpfen und eben auch das Vertrauen der Regierung, da er dafür verantwortlich gewesen ist, dass diese ganze Dinosaurier-Apokalypse verhindert wurde und wäre deswegen auch das Monopol der Dinosaurier-DNS-Forschung gewesen. In diesem Szenario hätte Louis Dodgson tatsächlich gewonnen. Und Biosyn wäre wahrscheinlich das mächtigste Unternehmen der gesamten Welt gewesen. Jetzt habe ich hier eine ganz kontroverse Frage für euch. Dieses ganze Szenario ist mir so im Kopf nach und nach zusammengekommen. Ich hoffe, es ist nicht zu übertrieben geworden. Ich habe mir da echt Gedanken drüber gemacht, wie man das Ganze nachvollziehbar gestalten kann. Jetzt müsst ihr mir aber eine Frage beantworten, die ich wirklich ernst meine. Wäre dieses Szenario so schlimm, wenn Louis Dodgson gewonnen hätte und die Kontrolle über alle Dinosaurier behalten hätte? Meine Antwort darauf ist zwar ganz klar, ja, das wäre schlimm, weil Louis Dodgson einen an der Klatsche hat und brennende Heuschrecken über die Welt schicken wollte. Allerdings hätten wir jetzt jemanden, der diese gesamte Macht, die wir eben haben, vor dem Ausbruch bewahrt hätte. Ist so ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Was meint ihr dazu? Wie sind eure Gedanken zu der gesamten Thematik? Hat euch dieses Was wäre wenn gefallen? Bitte eine ehrliche Antwort in die Kommentare unten rein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.